Dürfen Frauen ihre Haare schneiden und wie kurz dürfen sie sein? Die Frauen dürfen die Haare schneiden, aber das darf nicht wie die Männer werden. Das sollte nicht wie die Männer sein. Nicht, dass man diese Frau sieht oder denkt man, das ist ein Mann. Dürfen Frauen die Haare nur bis zu ihr Ohrläppchen kurz sein? Nein.